Dieser zur Miete angebotene gut gepflegte Laden steht im Kreis Unna. Das im Jahr 1958 erbaute Objekt wird über eine Gaszentralheizung beheizt. Auf einer Gesamtfläche von ca. 71 Quadratmetern weist das Objekt eine Verkaufsfläche von ca. 38 Quadratmetern auf. Die Mietkosten des Ladengeschäfts belaufen sich auf monatlich 470 Euro. Gern beantworten wir Ihre Fragen. Kontaktieren Sie uns. Dort müssen dort noch Amaz Miete anble loca.